Surah 5 Alma-Ida, der Tisch, offenbart zu Al-Madina, 120 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubt, erfüllt die Verträge. Erlaubt ist euch jede Art des Viehs mit Ausnahme dessen, was euch in der Schrift bekannt gegeben wird. Nicht, dass ihr die Jagd als erlaubt ansehen dürft, während ihr pilgert. Wahrlich, Allah richtet, wie er will. O ihr, die ihr glaubt, entweilt weder die Glaubensausübung zur Verherrlichung Allahs, noch den heiligen Monat, noch die Opfertiere, noch die geweihten Opfertiere, noch die nach dem heiligen Hause ziehenden, die da Gunst und Wohlgefallen von ihrem Herrn suchen. Wenn ihr den Weihezustand beendet habt, dürft ihr jagen. Und lasst euch nicht durch den Hass, den ihr gegen Leute hegt, weil sie euch von der heiligen Moschee abgehalten haben, zu Übergriffen verleiten. Und helft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Doch helft einander nicht in Sünde und Übertretung. Verboten ist euch das Verendete sowie Blut und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer als Allahs Name angerufen wurde. Das Erdrosselte, das zu Tode Geschlagene, das zu Tode Gestürzte oder Gestossene und das, was Raubtiere angefressen haben, außer dem, was ihr geschlachtet habt, ferner das, was auf einem heidnischen Opferstein geschlachtet worden ist, und ferner ist euch verboten, dass ihr durch Losfeile das Schicksal zu erkunden sucht. Das ist eine Freveltat. Heute haben die Ungläubigen vor eurem Glauben resigniert. Also fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zur Religion erwählt. Wer aber durch Hungersnot gezwungen wird, ohne sündhafte Neigung, so ist Allah allverzeihend barmherzig. Sie fragen dich, was ihnen erlaubt sei. Sprich, alle guten Dinge sind euch erlaubt. Und was ihr die Jagdtiere gelehrt habt, indem ihr sie zur Jagd abrichtet und sie lehrt, was Allah euch gelehrt hat. Also esst von dem, was sie für euch fangen und sprecht Allahs Namen darüber und fürchtet Allah, denn Allah ist schnell im Abrechnen. Heute sind euch alle guten Dinge erlaubt und die Speise derer, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt, wie auch eure Speise ihnen erlaubt ist. Und ehrbare gläubige Frauen und ehrbare Frauen unter den Leuten, denen vor euch die Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen die Brautgabe gebt und nur für eine Ehe und nicht für Unzucht und heimliche Liebschaften. Und wer den Glauben verleugnet, dessen Tat ist ohne Zweifel zunichte geworden und im Jenseits wird er unter den Verlierern sein. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer Gesicht und eure Hände bis zu den Ellenbogen und streicht über euren Kopf und wascht eure Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustande der Unreinheit seid, so reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder euch auf einer Reise befindet oder einer von euch von der Notdorf zurückkommt oder wenn ihr Frauen berührt habt und kein Wasser findet, so sucht reinen Sand und reibt euch damit Gesicht und Hände ab. Allah will euch nicht mit Schwierigkeiten bedrängen, sondern er will euch nur reinigen und seine Gnade an euch erfüllen, auf das ihr dankbar sein mögt. Und gedenkt der Gnade Allahs gegen euch und des Bundes, den er mit euch schloss, als ihr spracht, wir hören und gehorchen. Und fürchte Allah, wahrlich Allah weiß, was die Herzen verbergen. O ihr, die ihr glaubt, setzt euch für Allah ein und seid Zeugen der Gerechtigkeit. Und der Hass gegen eine Gruppe soll euch nicht dazu verleiten, anders als gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist eures Tuns kundig. Allah hat denen, die Glauben und gute Werke tun, verheißen, dass sie Vergebung und großen Lohn erlangen werden. Die aber ungläubig sind und unsere Zeichen verleugnen, werden Insassen der Al-Jahim sein. O ihr, die ihr glaubt, gedenkt der Gnade Allahs über euch, als eine Gruppe die Hände nach euch auszustrecken trachtete. Er aber hielt ihre Hände von euch zurück. Und fürchtet Allah, auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Wahrlich, Allah hat einen Bund mit den Kindern Israels geschlossen und wir erweckten aus ihnen zwölf Führer. Und Allah sprach, Seht, ich bin mit euch, wenn ihr das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet und an meine Gesandten glaubt und sie unterstützt und Allah ein gutes Darlehen gebt. Dann werde ich eure Missetaten tilgen und euch in Gärten führen, in denen Bäche fließen. Wer von euch aber hierauf in den Unglauben zurückfällt, der ist vom rechten Weg abgeirrt. Deshalb, weil sie ihren Bund brachen, haben wir sie verflucht und haben ihre Herzen verhärtet, sie entstellten die Schrift an ihren richtigen Stellen und sie haben einen Teil von dem vergessen, woran sie gemahnt wurden. Und du wirst nicht aufhören, auf ihrer Seite, bis auf einige von ihnen, Verrat zu entdecken. Also vergib ihnen und wende dich von ihnen ab. Wahrlich, Allah liebt jene, die Gutes tun. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, schlossen wir einen Bund. Und auch diese haben dann einen Teil von dem vergessen, woran sie gemahnt wurden. Darum erregten wir Feindschaft und Hass unter ihnen bis zum Tage der Auferstehung. Und Allah wird sie wissen lassen, was sie getan haben. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles zu enthüllen, was ihr von der Schrift geheim gehalten habt. Und er ist zu euch gekommen, um gegen vieles Nachsicht zu üben. Wahrlich, zu euch sind ein Licht von Allah und ein klares Buch gekommen. Damit leitet Allah jene, die sein Wohlgefallen suchen, auf die Wege des Friedens. Und er führt sie mit seiner Erlaubnissen aus den Finsternissen zum Licht und führt sie auf einen geraden Weg. Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Sprich, wer vermochte wohl etwas gegen Allah, wenn er den Messias, den Sohn der Maria, seine Mutter und jene, die allesamt auf der Erde sind, vernichten will? Allah ist das Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen beiden ist. Er erschafft, was er will. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Und es sagten die Juden und die Christen, wir sind die Söhne Allahs und seine Lieblinge. Sprich, warum bestraft er euch dann für eure Sünden? Nein, ihr seid Menschen, von denen, die er erschuf. Er vergibt, wem er will, und er bestraft, wen er will. und Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was zwischen beiden ist. Und zu ihm ist die Heimkehr. O Leute der Schrift, zu euch ist nunmehr unser Gesandter nach einer Zeitspanne zwischen den Gesandten gekommen, um euch aufzuklären, damit ihr nicht sagen könnt, kein Bringer froher Botschaft und kein Wahrner ist zu uns gekommen. So ist nun in Wahrheit ein Bringer froher Botschaft und ein Wahrener zu euch gekommen, und Allah hat Macht über alle Dinge. Und damals, als Moses zu seinem Volk sagte, O mein Volk, besinnt euch auf Allahs Huld gegen euch, als er aus eurer Mitte Propheten erweckte und euch zu Königen machte und euch gab, was er keinem anderen auf der Welt gegeben hat. O mein Volk, betretet das heilige Land, das Allah für euch bestimmt hat, und kehret ihm nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlorene umkehren. Sie sagten, O Moses, siehe, dort lebt ein tyrannisches Volk und wir werden es, also das Land, nicht betreten, ehe jene es nicht verlassen haben. Doch wenn sie es verlassen, dann wollen wir dort einziehen. Es sagten zwei Männer, von denen, die gottesfürchtig waren und denen Allah seine Gnade erwiesen hatte, zieht durch das Tor ein und wendet euch gegen sie. Seid ihr eingezogen, dann werdet ihr siegreich sein und vertraut auf Allah, wenn ihr Gläubige seid. Sie sagten, O Moses, nimmermehr werden wir es betreten, solange jene dort sind. Gehe denn du mit deinem Herrn und kämpft. Wir bleiben hier sitzen. Er sagte, Ich habe nur Macht über mich selbst und meinen Bruder. Darum scheide du uns von dem aufrührerischen Volk. Er sprach, Wahrlich, es, also das Land, soll ihnen vierzig Jahre lang verwehrt sein. Sie sollen auf der Erde umherirren und betrübe dich nicht wegen des aufrührerischen Volkes. und verließ ihnen in Wahrheit die Geschichte von den zwei Söhnen Adams, als sie beide ein Opfer darbrachten und es von dem einen angenommen und von dem anderen nicht angenommen wurde. Da sagte dieser, Wahrhaftig, ich schlage dich tot. Jener erbieterte, Allah nimmt nur von den gottesfürchtigen Opfer an. Wenn du auch deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu erschlagen, so werde ich doch nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um dich zu erschlagen. Ich fürchte Allah, den Herrn der Welten. Ich will, dass du die Last meiner Sünde und deiner Sünde trägst und so unter den Bewohnern des Feuers bist und dies ist der Lohn der Fräfler. Doch er erlag dem Trieb, seinen Bruder zu töten, also erschlug er ihn und wurde einer von den Verlierern. Da sandte Allah einen Raben, der auf dem Boden scharte, um ihm zu zeigen, wie er den Leichnam seines Bruders verbergen könne. Er sagte, Wehe mir, bin ich nicht einmal imstande, wie dieser Rabe zu sein und den Leichnam meines Bruders zu verbergen und da wurde er reumütig. Deshalb haben wir den Kindern Israels verordnet, dass, wenn jemand einen Menschen tötet, ohne dass diese einen Mord begangen hätte oder ohne dass ein Unheil im Lande geschehen wäre, es so sein soll, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, es so sein soll, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Und unsere Gesandten kamen mit deutlichen Zeichen zu ihnen. Dennoch, selbst danach begingen viele von ihnen Ausschreitungen im Land. Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen und Verderben im Land zu erregen trachten, soll sein, dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen werden oder dass sie aus dem Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in dieser Welt sein und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe zuteil. Ausgenommen davon sind jene, die bereuen, noch ehe ihr sie in eurer Gewalt habt. So wisst, dass Allah allvergebend barmherzig ist. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet danach, ihm nahe zu kommen und kämpft auf seinem Weg, auf das ihr Erfolg haben mögt. Wahrlich, die Ungläubigen. Hätten sie auch alles, was auf der Erde ist und dann noch mal so viel, um sich damit am Tage der Auferstehung von der Strafe loszukaufen, es würde doch nicht von ihnen angenommen werden und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Sie wollen dem Feuer entrinnen, doch sie werden nicht daraus entrinnen können und ihre Pein wird immer während sein. Dem Dieb und der Diebin schneidet ihr die Hände ab als Vergeltung für das, was sie begangen haben und als abschreckende Strafe von Allah. Und Allah ist allmächtig, allweise. Aber wer es bereut nach seiner Freveltat und sich bessert, von dem wird Allah die Reue annehmen. Denn Allah ist allvergebend barmherzig. Hast du nicht gewusst, dass Allah es ist, dem das Königreich der Himmel und der Erde gehört? Er bestraft, wen er will und er vergibt, wem er will und Allah hat Macht über alle Dinge. O du Gesandter, es sollen dich nicht jene betrüben, die hastig dem Unglauben verfallen, die mit dem Munde sagen, wir glauben, jedoch im Herzen nicht glauben. Und unter den Juden sind solche, die auf jede Lüge hören. Sie hören auf andere, die noch nicht zu dir gekommen sind. Sie rücken die Worte von ihren richtigen Stellen ab und sagen, Wenn euch dies, was wir gutheißen wollen, vorgebracht wird, so nehmt es an. Doch wenn es euch nicht vorgebracht wird, dann sei auf der Hut. Und wen Allah in Versuchung führen will, dem wirst du mit keiner Macht gegen Allah helfen können. Das sind die, deren Herzen Allah nicht reinigen wollte. Und für sie ist in dieser Welt Schande und im Jenseits wird ihnen eine große Strafe zuteil sein. Sie sind notorische Lauscher hinsichtlich der Falschheit Verschlinger von Unerlaubtem. Wenn sie nun zu dir kommen, so richte zwischen ihnen und wende dich von ihnen ab. Und wenn du dich von ihnen abwendest, so können sie dir keinerlei Schaden zufügen. Richtest du aber, so richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Wie aber wollen sie dich zum Richter berufen, während sie doch die Tora in ihrem Besitz haben, worin Allahs Richtspruch ist? Hierauf und trotz alledem kehren sie ihm den Rücken und sie sind nicht als Gläubige zu bezeichnen. Wahrlich, wir hatten die Tora in der Führung und Licht war herabgesandt. Damit haben die Propheten, die sich Allah hingaben, den Juden recht gesprochen und so auch die Rabbiner und die Gelehrten. Denn ihnen wurde aufgetragen, das Buch Allahs zu bewahren und sie waren seine Hüter. Darum fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich und gebt nicht meine Zeichen um einen geringen Preis hin. Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Wir hatten ihnen darin vorgeschrieben, Leben um Leben, Auge um Auge, Nase um Nase, Ohr um Ohr und Zahn um Zahn. Und für Verwundungen gerechte Vergeltung. Wer aber darauf verzichtet, dem soll das eine Sühne sein. Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. Und wir ließen ihnen Jesus, den Sohn der Maria folgen, zur Bestätigung dessen, was vor ihm in der Tora war. Und wir gaben ihm das Evangelium, worin Recht, Leitung und Licht war, zur Bestätigung dessen, was vor ihm in der Tora war, und als Recht, Leitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und die Leute des Evangeliums sollten sich nach dem richten, was Allah darin offenbart hat. Und die sich nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, das sind die wahren Frevler. Und wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir herabgesandt, das bestätigt, was von der Schrift vor ihm da war und darüber Gewissheit gibt. Richte also zwischen ihnen nach dem, was Allah herabgesandt hat, und folge nicht ihren Neigungen von der Wahrheit abzuweichen, die zu dir gekommen ist. Für jeden von euch haben wir Richtlinien und eine Laufbahn bestimmt. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht. Er wollte euch aber in alledem, was er euch gegeben hat, auf die Probe stellen. Darum sollt ihr um die guten Dinge wetteifern. Zu Allah werdet ihr allesamt zurückkehren. Und dann wird er euch das kundtun, worüber ihr uneins wart. Und du sollst zwischen ihnen nach dem richten, was von Allah herabgesandt wurde. Und folge nicht ihren Neigungen und sei vor ihnen auf der Hut, damit sie dich nicht bedrängen und von einem Teil dessen, was Allah zu dir herabgesandt hat, wegtreiben. Wenden sie sich jedoch von dir ab, so wisse, dass Allah sie für etliche ihre Sünden zu treffen gedenkt. Wahrlich, viele der Menschen sind Frevler, wünschen sie etwa die Richtlinien der Jalihia, und wer ist ein besserer Richter als Allah für ein Volk, das fest im Glauben ist? O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Beschützern, sie sind einander Beschützer, und wer sie von euch zu Beschützern nimmt, der gehört wahrlich zu ihnen, wahrlich, Allah weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg. Und du wirst jene sehen, deren Herzen von Krankheit befallen sind, und die zu ihnen hineilen, sie sagen, wir fürchten, es könnte uns ein Unglück befallen, möge Allah den Sieg oder sonst ein Ereignis herbeiführen, dann werden sie bereuen, was sie in ihren Herzen verbargen, und die Gläubigen werden sagen, sind das etwa jene, die mit ihren feierlichsten Eiden bei Allah schworen, dass sie unverbrüderlich zu euch stünden? Eitel sind ihre Werke, und sie sind zu verlieren geworden. O ihr, die ihr glaubt, wer sich von euch von seinem Glauben abkehrt, wisst, Allah wird bald ein anderes Volk bringen, das er liebt, und das ihn liebt, das demütig gegen die Gläubigen und hart gegen die Ungläubigen ist. Sie werden auf Allahs Weg kämpfen und werden den Vorwurf des Tadelnden nicht fürchten. Das ist Allahs Huld. Er gewährt sie, wem er will, denn Allah ist allumfassend, allwissend. Eure Beschützer sind wahrlich Allah und sein Gesandter und die Gläubigen, die das Gebet verrichten, die Zakat entrichten und sich vor Allah verneigen. Und wer Allah und seinen Gesandten und die Gläubigen zu Beschützer nimmt, der soll wissen, dass Allahs Schah es ist, die siegreich sein wird. O ihr, die ihr glaubt, nehmt euch nicht zu Beschützern von jenen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde und von den Ungläubigen, die mit eurem Glauben Spott und Scherz treiben. Und fürchtet Allah, wenn ihr Gläubige seid. Und wenn ihr zum Gebet ruft, treiben sie damit ihren Spott und Scherz. Dies ist so, weil sie Leute sind, die es nicht begreifen. Sprich, O Leute der Schrift, ihr gräult uns nur deswegen, weil wir an Allah und an das glauben, was zu uns herabgesandt und was schon vorher herabgesandt wurde und weil die meisten von euch Frevler sind. Sprich, soll ich euch über das belehren, deren Lohn bei Allah noch schlimmer ist als das? Es sind jene, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen, Schweine und Götzendiener gemacht hat. Diese befinden sich in einer noch schlimmeren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Und wenn sie zu euch kommen, sagen sie, wir glauben, während sie doch mit Unglauben eintreten und in diesem fortgehen. Und Allah weiß am besten, was sie verborgen halten. Und du siehst, wie viele von ihnen in Sünde und Übertretung und im Verzehr verbotener Dinge wetteifern. Übel ist wahrlich, was sie getan haben. Warum untersagen ihnen die Rabbiner und die Schriftgelehrten nicht ihre sündige Rede und ihren Verzehr von Verbotenem? Übel ist wahrlich, was sie getrieben haben. Und die Juden sagen, die Hand Allahs ist gefesselt. Ihre Hände sollen gefesselt sein und sie sollen verflucht sein, um dessen Willen, was sie da sprechen. Nein, seine Hände sind weit offen, er spendet, wie er will. Und was auf dich von deinem Herrn herabgesandt wurde, wird gewiss viele von ihnen in ihrem Aufruhr und Unglaube noch bestärken. Und wir haben unter ihnen Hass und Zwietracht bis zum Tage der Auferstehung gesät. So oft sie ein Feuer für den Krieg anzündeten, löschte Allah es aus und sie trachteten nur nach Unheil auf Erden. Und Allah liebt nicht die Unheilstifter. Wenn die Leute der Schrift geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, hätten wir gewiss ihre Übel von ihnen hinweggenommen und wir hätten sie gewiss in die Gärten der Bonne geführt. Und hätten sie die Tora befolgt und das Evangelium und das, was zu ihnen von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie sicherlich über sich und zu ihren Füßen Nahrung finden. Es gibt unter ihnen Leute, die Mäßigung üben, doch viele von ihnen verrichten üble Dinge. O du Gesandter, verkünde, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt wurde. Und wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht verkündigt. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Wahrlich, Allah weist den ungläubigen Leuten nicht den Weg. Sprich, O Leute der Schrift, ihr Fuß auf nichts, ehe ihr nicht die Tora und das Evangelium und das in die Tat umsetzt, was von eurem Herrn zu euch herabgesandt wurde. Aber gewiss, das, was von deinem Herrn zu dir herabgesandt wurde, wird viele von ihnen in ihrem Aufruhr und Unglauben bestärken. Darum betrübe dich nicht über die ungläubigen Leute. Jene, die geglaubt haben, und die Juden und die Sabäer und die Christen, Wer an Allah glaubt und gute Werke tut, keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie traurig sein. Wahrlich, wir hatten einen Bund mit den Kindern Israels geschlossen und Gesandte zu ihnen geschickt. So oft aber Gesandte zu ihnen mit etwas kamen, was ihre Herzen nicht begehrten, erklärten sie einige von ihnen für Lügner und brachten andere um. Und sie dachten, dies würde keine Verwirrung zur Folge haben, so wurden sie blind und taub. Dann band sich Allah ihnen gnädig wieder zu, und trotzdem wurden viele von ihnen abermals blind und taub, und Allah sieht wohl, was sie tun. Wahrlich ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria, während der Messias doch selbst gesagt hat, O ihr Kinder Israels, betet zu Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah das Paradies verwehrt, und das Feuer wird seine Herberge sein. Und die Frebler sollen keine Helfer finden. Wahrlich ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Dritte von Dreien und es ist kein Gott da außer einem einzigen Gott. Und wenn sie nicht von dem, was sie sagen, Abstand nehmen, wahrlich, so wird diejenigen unter ihnen, die ungläubig bleiben, eine schmerzliche Strafe ereilen. Wollen sie sich denn nicht treumütig Allah wieder zuwenden und ihn um Verzeihung bitten? Und Allah ist allverzeihend barmherzig. Der Messias, der Sohn der Maria, war nur ein Gesandter. Gewiss, andere Gesandte sind vor ihm dahin gegangen. Und seine Mutter war eine wahrhaftige. Beide pflegten Speise zu sich zu nehmen. Siehe, wie wir die Zeichen für sie erklären und siehe, wie sie sich abwenden. Sprich, wollt ihr statt Allah das anbeten, was nicht die Macht hat, euch zu schaden oder zu nützen? Und Allah allein ist der Allhörende, der Allwissende. Sprich, O Leute, der Schrift übertreibt nicht zu Unrecht in eurem Glauben und folgt nicht den bösen Neigungen von Leuten, die schon vor dem Irre gingen und viele Irre geführt haben und weit vom rechten Weg abgeirrt sind. Verflucht wurden die Ungläubigen von den Kindern Israels durch die Zunge Davids und Jesus, des Sohn der Maria. Dies, weil sie ungehorsam waren und gegen die Gebote verstießen. Sie hinderten einander nicht an den Missetaten, die sie begingen. Übel wahrlich war das, was sie zu tun pflegten. Du siehst, wie sich viele von ihnen, die Ungläubigen zu Beschützern nehmen. Wahrlich übel ist das, was sie selbst für sich vorausgeschickt haben, sodass Allah ihnen zürnt. Und in der Strafe werden sie auch ewig bleiben. Und hätten sie an Allah geglaubt und an den Propheten und an das, was zu ihm herabgesandt wurde, hätten sie sich jene nicht zu Beschützern genommen. Aber viele von ihnen sind Frevler. Sicherlich findest du, dass unter allen Menschen die Juden und die Götzendiener die erbittersten Gegner der Gläubigen sind. Und du wirst zweifellos finden, dass die welche sagen, wir sind Christen, den Gläubigen am freundlichsten gegenüberstehen. Dies ist so, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie nicht hochmütig sind. Und wenn sie hören, was zu dem Gesandten herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen, ob der Wahrheit, die sie erkannt haben. Sie sagen, unser Herr, wir glauben, so schreibe uns unter die Bezeugenden. Und weshalb sollten wir nicht an Allah glauben und an die Wahrheit, die zu uns gekommen ist, wo wir innig wünschen, dass unser Herr uns zu den Rechtschaffenen zählen möge? Und um dessen Willen, was sie da gesagt haben, wird Allah sie mit Gärten belohnen, durch die Wäsche fließen. Darin sollen sie ewig verweilen. Und das ist der Lohn derer, die Gutes tun, die aber die nicht glauben und unsere Zeichen verwerfen, das sind die Insassen der Al-Jahim. O ihr, die ihr glaubt, erklärt die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat, nicht für verboten, doch übertretet auch nicht, denn Allah liebt die Übertreter nicht und esst von dem, was Allah euch gegeben hat, erlaubt es Gutes und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Allah wird euch für ein unbedachtes Wort in euren Eiden nicht zur Rechenschaft ziehen, doch er wird von euch für das Rechenschaft fordern, was ihr mit Bedacht geschworen habt. Die Sühne dafür sei dann die Speise von zehn Armen in jenem Maß, wie ihr die Eurigen im Durchschnitt speist oder ihre Bekleidung oder die Befreiung eines Sklaven. Wer es aber nicht kann, dann soll er drei Tage fasten. Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr sie geleistet habt. Und hütet ja eure Eide, so macht euch Allah seine Zeichen klar, auf das ihr dankbar sein möget. O ihr, die ihr glaubt, berauschendes Glücksspiel, Opfersteine und Losfeile sind ein Gräuel, das Werk Satans. So meidet sie, auf das ihr erfolgreich seid. Satan will durch das Berauschende und das Lospiel nur Feindschaft und Hass zwischen euch auslösen, um euch vom Gedenken an Allah und vom Gebet abzuhalten. Werdet werdet euch denn abhalten lassen? Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und seid auf der Hut. Kehrt ihr euch jedoch von ihm ab, dann wisst, dass unserem Gesandten nur die deutliche Verkündigung obliegt. Denen, die Glauben und Gute Werke tun, soll als Sünde nicht angerechnet werden, was sie aßen, wenn sie gottesfürchtig sind, und Glauben und Gute Werke tun, und abermals fürchten und glauben, dann nochmals fürchten und Gutes tun. Und Allah liebt jene, die Gutes tun. O ihr, die ihr glaubt, Allah will euch gewiss Prüfungen aussetzen, mit dem Wild, das eure Hände und eure Speere erreichen können, so dass Allah die auszeichnen möge, die ihn im Geheimen fürchten. Wer sich darum noch nach diesem vergeht, dem wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. O ihr, die ihr glaubt, tötet kein Wild, während ihr pilgert. Und wenn einer von euch ein Tier vorsätzlich tötet, so ist die Ersatzleistung dafür ein gleiches Maß vom Vieh, wie das, was er getötet hat, nach dem Spruch von Zweiredlichen unter euch, und das soll dann als Opfertier zu der Al-Kaba gebracht werden. Oder die Sühne sei die Speisung von Armen oder oder dem entsprechendes Fasten, damit er die bösen Folgen seiner Tat koste. Allah vergibt das Vergangene, den aber, der es wieder tut, wird Allah zur Vergeltung aussetzen. Und Allah ist allmächtig und Herr der Vergeltung. Der Fang aus dem Meer und sein Genuss sind euch als Versorgung für euch und für die Reisenden erlaubt. Doch verwehrt ist euch das Wild des Landes, solange ihr pilgert. Und fürchtet Allah, vor dem ihr versammelt werdet. Allah hat die Al-Kaba, das unverletzliche Haus, zu einer Gebetsstätte für die Menschen gemacht, ebenso den heiligen Monat und die Opfertiere und die Tiere mit dem Halsschmuck. Dies, damit ihr wisst, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf Erden ist und dass Allah alle Dinge weiß. Wisst, dass Allah streng im Strafen ist und dass Allah allverzeihend barmherzig ist. Dem Gesandten obliegt nur die Verkündigung und Allah weiß, was ihr kundtut und was ihr verborgen haltet. Sprich, das Schlechte und das Gute sind nicht gleich. Obgleich dich auch die Menge des Schlechten in Erstaunen versetzen mag. Darum fürchtet Allah, ihr Verständigen, auf das ihr erfolgreich sein mögt. O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt würden, euch unangenehm wären. Und wenn ihr danach zur Zeit fragt, da der Koran niedergesandt wird, werden sie euch doch klar. Allah hat euch davon entbunden und Allah ist allverzeihend nachsichtig. Es haben schon vor euch Leute nach solchen Dingen gefragt, doch dann versagten sie ihnen den Glauben. Allah hat keinerlei Bachira und Saiba und Vassila und Ham geboten. Vielmehr ersinnen die Ungläubigen eine Lüge gegen Allah und die meisten von ihnen begreifen es nicht. Und wenn ihnen gesagt wird, kommt her zu dem, was von Allah herab gesandt wurde und kommt zu dem Gesandten, sagen sie, uns genügt das, wobei wir unsere Väter vorfanden. Und selbst dann, wenn ihre Väter kein Wissen hatten und nicht auf dem rechten Weg waren. O ihr, die ihr glaubt, wacht über euch selbst. Wer irre geht, kann euch nicht schaden, wenn ihr nur selbst auf dem rechten Wege seid. Zu Allah ist euer Aller Heimkehr, dann wird er euch enthüllen, was ihr zu tun pflegtet. O ihr, die ihr glaubt, wenn der Tod an einen von euch herantritt, liegt die Zeugenschaft zum Zeitpunkt der Testamentseröffnung bei euch, bei zwei Redlichen unter euch oder zwei anderen, die nicht zu euch gehören, wenn ihr gerade im Land herumreist und euch das Unheil des Todes trifft. Ihr sollt sie beide nach dem Gebet zurückhalten und wenn ihr zweifelt, so sollen sie beide bei Allah schwören, wir erstehen damit keinen Gewinn. Handelte es sich auch um einen nahen Verwandten und wir verhehlen das Zeugnis Allahs nicht. Wahrlich, wir wären sonst Sünder. Wenn aber bekannt wird, dass die beiden Zeugen sich der Sünde schuldig gemacht haben, dann sollen an ihre Stelle zwei andere aus der Zahl derer treten, gegen welche die beiden ausgesagt haben und die beiden späteren Zeugen sollen bei Allah schwören, wahrlich, unser Zeugnis ist wahrhaftiger als das Zeugnis der beiden früheren, wahrlich, wir gehörten sonst zu den Ungerechten. So geschieht es eher, dass sie ein wahres Zeugnis ablegen und dass sie fürchten, es könnten andere Eide nach ihrem Eide gefordert werden. Und fürchtet Allah und hört, denn Allah weist nicht den ungehorsamen Leuten den Weg. Am Tage, an dem Allah die Gesandten versammelt und spricht, welche Antwort empfingt ihr auf eure Botschaft, sagen sie, wir haben kein Wissen, du allein bist der Allwissende des Verborgenen. Wenn Allah sagen wird, O Jesus, Sohn der Maria, Gedenke meiner Gnade gegen dich und gegen deine Mutter, wie ich dich stärkte mit der heiligen Eingebung, du sprachst zu den Menschen sowohl in der Wiege als auch im Mannesalter, und wie ich dich die Schrift und die Weisheit lehrte, und die Tora und das Evangelium, und wie du mit meiner Erlaubnis aus Ton bildetest, was wie Vögel aussah, du hauchtest ihm dann Atem ein, und es wurde mit meiner Erlaubnis zu wirklichen Vögeln, und wie du mit meiner Erlaubnis die Blinden und die Aussätzigen heiltest, und wie du mit meiner Erlaubnis die Toten erwecktest, und wie ich die Kinder Israels von dir abhielt, als du zu ihnen mit deutlichen Zeichen kamst, und die Ungläubigen unter ihnen sagten, das ist nichts als offenkundige Zauberei. Und als ich den Jüngern eingab, an mich und an meinen Gesandten zu glauben, da sagten sie, wir glauben und seid Zeuge, dass wir dir ergeben sind. Als die Jünger sagten, O Jesus, Sohn der Maria, ist dein Herr im Stande, uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab zu senden, sagte er, fürchtet Allah, wenn ihr Gläubige seid. Sie sagten, wir wollen davon essen und unsere Herzen sollen beruhigt sein und wir wollen wissen, dass du in Wahrheit zu uns gesprochen hast und wollen selbst dafür Zeugnis ablegen. Da sagte Jesus, der Sohn der Maria, O Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch mit Speise vom Himmel herab, dass er ein Fest für uns sei, für den Ersten von uns und für den Letzten von uns und ein Zeichen von dir und versorge uns, denn du bist der beste Versorger. Allah sprach, siehe, ich will ihn, den Tisch, zu euch niedersenden. Wer von euch aber danach ungläubig wird, über den werde ich eine Strafe verhängen, mit welcher ich keinen anderen auf der Welt bestrafen werde. Und wenn Allah sprechen wird, O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesagt, nehmt mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah? Wird er antworten, gepriesen bist du, nie könnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte. Hätte ich es gesagt, würdest du es sicherlich wissen. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was du in dir hegst. Du allein bist der Allwissende des Verborgenen. Nichts anderes sagte ich zu ihnen als das, was du mich geheißen hattest, betet Allah an meinen Herrn und euren Herrn. Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, doch nachdem du mich abberufen hattest, bist du ihr Wächter gewesen. Und du bist der Zeuge aller Dinge, wenn du sie bestraft, sind sie deine Diener. Und wenn du ihnen verzeihst, bist du wahrlich der Allmächtige der Allweise. Allah wird sprechen, das ist ein Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützen soll. Für sie gibt es Gärten, durch welche Bäche fließen, darin sollen sie verweilen auf ewig und immer da. Allah hat an ihnen wohlgefallen und sie haben wohlgefallen an ihm. Das ist die große Glückseligkeit. Allah ist das Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was in ihnen ist. Und er hat Macht über alle Dinge.